Die Frage ist jetzt, wo setze ich den Rest hin? Ich muss mir Bauhütten, ich muss Bauhütten farmen, aber nehmen wir an, das sind 43% und dann plus 2 Bauhütten sind 47% maximal. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir in den Thomas und Playgathern. Wie schon angekündigt, ich bin in den Clan-Youtuber-Treff, wo einige YouTuber drin sind, wie zum Beispiel Elefantenfisch, MediaTV, ich, Maike Boss, Badum, Torero, Andy und Tobias Spirithawk, der Beste in Deutschland. Ich bin immer noch geflasht, dass ich mit ihm in einem Clan bin. Und heute steht mal wieder eine CW-Folge an, in einer Minute, in 33 Sekunden fängt der CW an und der Gegner hat einfach mal 130 gewonnene Clan-Kriege und wir haben einfach mal 0. Wir müssen gucken, was da machbar ist, also, das wird wirklich schwer, ähm, in den Clan können auch Abonnenten von uns rein, ab Level 80. Ich konnte leider kein Infovideo machen, weil ich ja auch andere Projekte habe, außer COC und dann wollte ich nicht viel zu viel COC rausbringen, weil ich auch will, dass meine anderen LPs geguckt werden, da Horror wirklich ein sehr großer Bestandteil des Kanals ist. Auf jeden Fall, hier bin ich, 2903 Pokale. Die Challenge haben wir verloren, ich werde die, ähm, Bestrafung auch bald antreten, Video dazu wird Sonntag kommen. Jo. Moinsen, Leute, macht's im CW bitte so, wie der Elefantenfisch es zuvor geschrieben hat. Und übersetzt euch, überhedschätzt euch also, also lieber eine Nummer unter euch, als zu fällen. Viel Spaß und Glück, Peace. Okay. Also, ich bin schon gespannt, was ich hier reißen kann. Auf jeden, oh oh, ich hab voll vergessen anzufragen, was. Äh, Golem für CW. Ah, ich vergesse das immer. Ne, warte, lieber den N-World. Das N-World-Männchen nehmen, ist stylischer, finde ich. Ich hab voll vergessen anzufragen, ich hoffe, ich bekomme jetzt auch noch einen Golem, was ich aber eher bezweifle. Scheiß drauf und wer hat ihn an die Kurve oder los. Hä? Auf jeden Fall, ich kann sagen, der Clan ist total aktiv. Also, die freuen sich auf jeden Fall schon mal auf den CW. Ich bin auch gespannt, was wir reißen können, aber ohne CW ist das schwer. Packt irgendwas rein. Doppelpunkt, Hashtag, nein, Doppelpunkt D. Go, 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 go. Yo, wir können auch mal direkt reingucken. Okay. Nummer 17 greift die Nummer 18 an. Ist in Ordnung mit Go Wipe. Mal gucken, was der reißen kann. Clan Bug lockt da nicht raus, Blitz hat er nicht dabei. Okay, kann man mal machen, wenn da nur Bogenschützen drin sind. Kann man es machen, aber ich bin mir nicht sicher, was da drin ist. Da der Gegner. 130 gewonnene Clan Kregat. 130, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon eine Hausnummer. Aber wenn man hier alles richtig macht, müssten es eigentlich zwei Sterne werden. Ein Stern auf jeden Fall, aber ich frage mich, wieso er den letzten Packer nicht setzt. Okay, er hat er etwas später gesetzt. Ist in Ordnung. Ja, Sprungzauber sitzt. Einige jumpen rüber. Ja, perfekt, alle jumpen rüber fast. In der Mitte ist jetzt einiges los, dank der Clan Bug und ich glaube, alle werden in der Mitte gegrillt. Okay, Minions sind drin. Ich habe einen Blitzauber genommen. Blitzaubern kann man wahrscheinlich Minions ausknocken. Hoffe ich zumindest. Er sieht momentan noch... Er muss auf die Queen aufpassen. Ich würde jetzt zünden. Okay, nee, muss man nicht zünden, denn die Magier machen einiges Damage an der Queen. Ja, müssten eigentlich lockere zwei Sterne werden. Ein Bogenschützer hat er sogar noch als Backup da. Rat ist es gefallen. Ja. Wobei, ah, eine Hexe lebt noch, ne? Das kann knapp werden. Das wird zu knapp. Ah, verdammt. Ah. Ja, ah, ah. Was macht der liebe LS... LS8 jetzt? Das wird leider nichts mehr. Schade aber auch. Es sah so vielversprechend aus. Und jetzt... Uh, Level 3 Packer. Das ist natürlich auch nice. Kann man mal mitnehmen. Guck mal einfach mal rüber. Wer hier angreift. Okay, wir können leider nicht zuschauen. Und schade, es guckt mir anscheinend zu viele zu. Okay. Fuck, alter. Bam. Will jemand angreifen? AG. Nehme auf. Doppelpunkt P. Mal gucken, ob sich jemand meldet. Das ist zum allerersten Mal, dass ich in einem Clan keine Aufmerksamkeit bekomme. Und ich muss sagen, es ist wirklich angenehm. Denn dann kann ich auch abends mal in Ruhe boosten. Es soll jetzt nicht böse gemeint sein. Aber manchmal will ich einfach nur meine Ruhe haben. Und dann... Es ist wirklich cool. Hi, YouTube. Yo. Es ist wirklich cool, dass man einen Clan welche hat, die sich für einen interessieren. Das ist echt geil, dass dann so Fragen gestellt werden und so. Das mache ich auch liebend gerne. Nur manchmal, wenn ich auch kurz online komme. Das ist so ein Community Clan. Ich hoffe, dass... Ich glaube, es legt sich irgendwann. Okay, Nummer 10. Master Mark. Mal gucken. Schweinereiter setzt er vor. Auf jeden Fall, wenn ich manchmal so ein Community Clan online komme. Ich werde nächste Woche wieder reinkommen. Das ist jetzt nur probehalber drin. Ich werde auch manchmal wieder reinjoinen. Mal gucken, wie lange der Clan hier bestehen bleibt. Auf jeden Fall, wenn ich manchmal online komme und so eine Truppenanforderung mache. Da merke ich schon so, dass ich halt etwas besonderes bin. Sozusagen. Das sollte nicht angerüblich klingen. Aber... Dass dann hier mir halt viele Fragen gestellt werden und so. Ja. Aber hier im Clan ist das echt cool. Weil nur die High-Level-Spieler beachtet werden. Hat Vorteile. Kann ich manchmal in Ruhe farmen und dann... Natürlich, ich mag es auch sehr gerne, Fragen zu beantworten. Aber wir wollen jetzt nicht auf das Thema weiter eingehen. Weil man sich dann zu tief rein reitet. Und... Wir wollen hier auf den CW eingehen. Level 5 Golem in der Clanburg. Ist doch nice. Er hat selber Level 4 Golems. Ist in Ordnung. Ist eigentlich vollkommen fresh, weil er wahrscheinlich auf Rates Level 9 ist. Schätze ich mal. Es ist eine Go-Wi-Wipe-Taktik. Ja. Go-Wi-Wipe. Ah, die Hexen Level 6. Oh. Äh, Hexen Level 6 sag ich schon. Magier Level 6 sind tot. Das trifft sich relativ gut. Ich will die Aufnahme heute auch nicht allzu lange dauern wie im... Äh. Allzu lange aufnehmen wie im letzten Clan-Krieg mit dem lieben Elefanten-Fisch. Ging 36 Minuten lang. Ich glaub, das war ein bisschen... Zu lang. Okay. Okay. Hi, YouTube. Das Rasen müsste eigentlich fallen. Er kann die Queen noch zünden. Barbaren-König ist auf Level 16. Respekt dafür. Ich würde jetzt den Hai, äh, dem Wu-Zauber in die Mitte setzen. Wobei, ein Wu-Zauber ist dann noch aktiv. Ja, dann ist es ja in Ordnung. Ja, müssten eigentlich lockere... Ja, es werden lockere 2 Sterne. Nice one. Uh, 3. Mal gucken, was der CW-Clan hier leistet. Ich will auf gar keinen Fall beim ersten Angriff failen, weil die... ... so einen schlechten Eindruck von mir haben. Und das will ich natürlich auch nicht. Ich will das Bestmögliche hier rausholen. 2 Sterne sind's geworden. 3 wahrscheinlich nicht mehr. Wir können schon rausgehen. Am Ende wird ja sowieso nur noch ein bisschen herumgetrödelt, sozusagen. Äh, 13. greift die 15 an. Ist auch in Ordnung. Mit Lava Lunion. Habe ich jetzt auch einen Meister benutzt. Sehr oft. Ich muss auch sagen, mit der Strategie ist man wirklich sehr erfolgreich. 2 Wu-Zauber-Sitzer. 4 Wu-Zauber. Ich hätte vielleicht noch einen Heal mitgenommen. Wäre sinnvoll gewesen, um die Luft... äh, Luftballons, sag ich schon. Ballons zu heilen. Ist an einigen Stellen wirklich sehr wichtig. Habe ich so gesehen, wenn da so suchende Luftminen rauskommen. Also die haben wirklich Level 6 am Magier in der Klamour und Hexen. Das wird schwer sein. Ich habe nur einen Blitz dabei. Uh, 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 uh. 2 Sterne würde ich auf jeden Fall rausholen. Aber ich muss gleich erstmal gucken, wen ich angreife. Ich glaube, mein Ziel wurde sogar schon angegriffen. Wobei Nummer 9. Ne, aber ich glaube, ich greife dann so die 11 an. Ich greife lieber einen unteren an, als dann zu failen. Hat der liebe Elefantenfisch ja auch in einer Clan-Nachricht geschrieben. Lieber ein, zwei weiter unten angreifen, statt zu failen. Bin ich vollkommen der Meinung. Denn die oberen haben ja zwei Angriffe zur Verfügung. Und die können dann halt im Notfall noch einen abnehmen. Und dann passt das doch alles. Weiter geht's über Clan-Krieg. Ah, das Rathos wird nicht fallen. Die Base ist wirklich gemein. Man will, dass der von unten und von oben angreift. Von oben kriegt er das Rathos nicht. Und von unten ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch zu failen. Aber wenn man von unten angreift, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 50% zu bekommen. Ja, schade aber auch. Nur 48% wird leider ein Fail. Ja, ja, ja. Es gibt bessere Angriffe, aber jeder kann failen. Nummer 15 wird uns angezeigt. Wir gucken uns erstmal die 11 an, was die so drauf hat. Und ich würde gleich auch gerne andere... Ach, Mist, da kann man rauslocken. Uh. Die Frage ist jetzt, werden wir die Clan-Bug rauslocken? Ja oder nein? Ich weiß auch nicht, von welcher Seite ich angreifen würde. Ich glaube, von der hier oben. Ich finde obere Seiten immer sympathischer. X-Boss Level 3. Wir gucken uns nochmal die 12 an im Notfall. Und schauen, was die so drauf hat. Ja, die ist ein bisschen verruchter, sage ich jetzt mal so. Ja, quadratische Basen greife ich schon relativ gerne an. Wir gucken mal, ob noch jemand angreift. Sonst würde ich jetzt gleich meinen Angriff nutzen. Okay, ich nutze meinen Angriff. Er braucht einen Pekka. Würde ich jetzt gerne geben, aber ist momentan echt schlecht. Ich kann natürlich mit einem Mauerbrecher versuchen, um die Clan-Bug rauszulocken, aber ist relativ blöde. Sollen wir es riskieren? Sollen wir es riskieren? Wir riskieren es. Clan-Bug ist nicht voll. Angreifen. Angreifen. Concentration. Jetzt die Magier hinterher. Clan-Bug ein bisschen rauskommen lassen. Ich blöde jetzt relativ selten das raus. Und ich habe jetzt die Mauerbrecher viel zu spät gesetzt. Ich hoffe, es wird kein Fehler sein, dass ich die so spät gesetzt habe. Hoffen wir mal einfach nur, dass Beste hellen können jetzt gestartet werden. Beziehungsweise rein. Und Sprungzauber direkt hier hin. Der müsste eigentlich sitzen. So einiger... Jetzt habe ich vergessen, die Clan-Bug zu setzen. Das ist immer mein Problem, wenn ich die Clan-Bug dabei habe. Den Wut-Zauber heben wir uns doch auf. Der Barbarenkönig wird jetzt fokussiert. Den müssen wir gleich sogar schon zünden. Wir schmeißen jetzt den Wut-Zauber hier in die Mitte. Rathos müsste eigentlich locker fallen. 50%. Wir haben genug. Geht doch aufs Rathos. Geht doch aufs Rathos. Ja, danke schön. Puh. Zwei kleine Wins auf jeden Fall. Ich habe noch 17 Bogenschützen als Backup dabei. Das müsste eigentlich klappen. Ja, müsste eigentlich klappen. Das. Das, das. Das. WhatsApp, ich habe jetzt... Ah. Verdammt, noch fokussiert. Wir haben noch genug Zeit. Ich lasse mir Zeit jetzt. Es kann doch nicht sein, dass die... Okay, die 50% wären doch knapper, als ich gedacht hätte. Verdammt. Verdammt. Auch hier noch die Goldmine ganz knapp. Ja, die Goldmine hat... Das wäre nie im Leben 50%. Verdammt aber auch. Ah, das müssen 50% werden. Ich weiß nicht, wo ich die Prozente holen soll. Labor hat wenig Lebenspunkte. Die Bauhütten haben wenig Lebenspunkte. Äh, eine Minute 18. Die Goldmine und den dunklen Bohrer bekommen wir auch noch. Die Frage ist jetzt, wo setze ich den Rest hin? Ich muss mir Bauhütten, ich muss Bauhütten farmen. Aber nehmen wir an, das sind 43% und dann plus zwei Bauhütten sind 47% maximal. Yolo, 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 Yolo. Komm, 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 komm. Äh, hier noch ein Mauerbrecher als Tank sozusagen. Der hat wirklich getankt. Ne, das wird nichts mehr. Verdammt aber auch. Ich hätte nicht gedacht, dass das so knapp wird am Ende. Ah, das Problem war dieser eine Blitzzauber. Der war total unnötig. Ich hab vier Gebäude. 44%. Dunkler Bohrer wird jetzt fallen. Ne, drei Gebäude für 6% sind zu wenig. Auf Rade Level 9 viel zu wenig sogar. Ah, nicht. 48? Jesus. Nicht dein Ernst. 49% was ist das denn? Oh, das ist so peinlich. Verdammt. Lappen Thomas. Ja. Dennis Lappen. Dennis greif an. Greif an. Ich will deinen Angriff extra in der Aufnahme haben. Ah, das war, das war am Ende mein Fehler. Ich hätte mir die Bogenschützen aufheben müssen. Ich hab mir wenigstens einen Eibogen... Ah, das Problem war, alle Gebäude waren... Ja. Damit du nicht in der Folge bist, was? Damit du nicht in der Folge bist, was? Fragezeichen. Fragezeichen. Doppelpunkt. Ah. Doppelpunkt. Alter. Doppelpunkt D. Jetzt so. Und, äh, ja. Oh Mann. Ich bin so blöd zum Schreiben. Oh, der liebe Tor will angreifen. Oh, ein Stern. Das ist so bitter. 49 Prozent. Ah. Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem war. Wahrscheinlich werdet ihr erfahrender sein in diesem Spiel als ich. Ja, ich... Ah. Ah, Mann. Ich hasse es zu failen. Ich hasse es so sehr. Und dann mit 49 Prozent. Wen soll ich angreifen? Ja, das... Lieber tapferer Krieger, das musst du wissen. Wäre ganz lieb. Ah. Ich bilde schon mal die Truppen aus. Damit ich nachher noch ein bisschen spenden kann. 3-3. So. Pekka, Pekka, Pekka. Die werde ich schon mal ausbilden. Ne. Hat noch keiner in Angriff gestalt. Zwei Golems. Meine Standardstrategie hier für den Clan-Krieg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ne. Nein. 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 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und wir gucken wieder rein. Ist die eine Art am Angreifen? No. Ich will die Folge auch nicht allzu lange halten. Cookie Bear. Ah. Der liebe Cookie Bear ist aus den Community Clans hier rüber gegangen. Uh. Soll ich ohne Clan-Burg angreifen? Nie. Niemals ohne Clan-Burg angreifen. Ich glaube, das war es dann eigentlich auch mit der Folge. Denn es rate mal wegen meiner Base und so aussieht. Aber wir können ja mal ganz kurz gucken, wie seine Base aussieht. Ja. Die Bestrafungs-Base muss ich auch noch. Guckt das euch an. Das ist so ein trauriger Smiley neben der Penis-Base. Ich würde dann sagen, das war es dann mit der heutigen Folge. Wenn euch das Video trotz des Fails gefallen hat. Und wenn ihr öfter solche CW-Videos sehen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. David. Ja. Ich wollte eigentlich die Folge beenden, aber schreib mir noch lieber Dennis, was dein Begehren ist. Was hast du denn für Probleme? Schütte dem Thomas dein Herz aus. Wo ist dein Penis? Kommt noch. Habe ich in der Folge gesagt. Habe ich in der Folge gesagt. Und mein Penis ist in der Hose. Okay, bevor das hier zu schrumpflich wird, würde ich die Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.